Freundinnen und Freunde der Astrologie, Saturn, der mächtige Herr der Ringe unseres Sonnensystems, tritt seine Reise durch das Fischezeichen an. Der harte Saturn im weichen Wasserelement kann das gut gehen und was bedeutet es für die zwölf Sternzeichen? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Saturn beginnt am 7. März seinen neuen Transit durch das Zeichen Fische und wir wollen uns hier anschauen, was das weltlich und psychologisch bedeutet und was es für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten mit sich bringt. Die Timecodes für euer jeweiliges Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im Podcast, in den Shownotes. Aber bitte schaut euch auch den Einführungsteil an, denn der ist wichtig, um den Transit für euch selbst nachher besser zu verstehen. In diesem Video gehe ich darauf ein, wie der Saturn-Transit für euer Sternzeichen und den Aszendenten wirkt und welchen kosmischen Bereich er bei euch aktiviert. Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, wie Saturns Kräfte auf euer persönliches Geburtshoroskop wirken, habe ich jetzt ein tolles neues Angebot für euch, das große Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft als PDF. Darin erfahrt ihr auf 20 bis 30 Seiten, welche Saturn-Lektionen jetzt für euch anstehen und wie ihr damit am besten umgehen könnt, inklusive vieler wertvoller Tipps zum Thema Saturn-Probleme heilen. Und weil Saturn-Prozesse ihre Zeit brauchen, gilt dieses Horoskop für zwei Jahre ab Bestellung. Ihr bekommt es jetzt mit 30 Prozent Einführungsrabatt mit dem Gutscheincode Saturn23 und die Aktion gilt bis zum 20. April. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes. Saturn geht ab dem 7. März durch das Wasserzeichen Fische. Das ist eine interessante Konstellation. Er selbst verkörpert ja als Herrscher vom Steinbock das Element Erde, also eine gewisse materielle Schwere und im Wasserelement wird ihm ein bisschen von dieser Schwere abgenommen und er kommt mehr in den Fluss. Das kann durchaus positive Auswirkungen haben. Außerdem verträgt sich das Element Erde mit dem Element Wasser und auch das deutet darauf hin, dass dieser Transit in einigen Bereichen Anlass zur Hoffnung gibt. Was also können die günstigen Auswirkungen dieses Transits sein? Nun, rigide Regeln und Strukturen seitens von Ämtern und Regierungen könnten ein wenig weicher und nachgiebiger werden und uns etwas mehr Spielraum lassen. Auch diktatorische Herrscher, die sich mit aller Härte durchsetzen wollen, dürften es dadurch nicht mehr so leicht haben. Der eiserne Klammergriff löst sich. Das wird umso interessanter, wenn Pluto dann im Wassermann ist und der Drang nach Freiheit immer größer wird. Das gucken wir uns aber nochmal in einem gesonderten Beitrag an, wie Saturn und Pluto da zusammenspielen. Den Titel habe ich schon, nämlich Zeitenwende Episode 2 und die Veröffentlichung ist für Ende März geplant. Saturn bringt also nun für die nächsten beiden Jahre seine Herrschaftsstrukturen ins Zeichen Fische, wo sie weicher und nachgiebiger werden und sich möglicherweise sogar auflösen. Zusätzlich vollendet sich in 2025 und 2026 ein wichtiger Planetenzyklus zwischen Saturn und Neptun, dem Herrscher der Fische. Und das ist derselbe Zyklus, der 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer einherging. All das könnte dazu führen, dass sich unerträgliche Machtstrukturen in den kommenden Jahren auflösen oder zumindest nachgeben. Und dadurch öffnet sich ein Weg zu mehr Freiheit. Eine ganz wichtige Idee möchte ich noch mit euch teilen und da zitiere ich jetzt meinen lieben Mann, den US-Wirtschaftsastrologen Ray Merriman, mit dem ich mich natürlich auch viel über den neuen Saturn-Transit unterhalten habe. Er brachte den schönen Begriff spirituelle Disziplin ins Spiel, also Saturn als Symbol für Disziplin und die Fische als Symbol für Spiritualität. Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke, den wir in Ruhe auf uns wirken lassen sollten. Denn ich glaube, sowas wie spirituelle Disziplin tut uns in dieser bewegten und schwierigen Zeit unglaublich gut und ich kann nur jedem von euch ans Herz legen, sofern ihr das nicht sowieso schon tut, eine bestimmte spirituelle Routine im Leben einzuführen. Das kann eine Meditation sein, das können Achtsamkeitsübungen sein oder Dankbarkeitsübungen oder eine andere Technik, die uns hilft, in einen Zustand der Ruhe und der Achtsamkeit zu kommen. Es geht darum, sich für einige Minuten am Tag aus dem rasenden Gedankenkarussell auszuklinken und in die Stille zu kommen, um zu sich selbst zu finden und Abstand zu gewinnen. Auch Abstand von den Emotionen des Egos und den damit verbundenen Ängsten. Und dabei kann uns eben jetzt Saturn in den Fischen helfen. Vielleicht bringt er uns auch eine neue wichtige Guru-Figur, die uns diese spirituelle Disziplin vorleben kann und uns Spiritual Guidance und Hoffnung gibt. Erfreulich ist auch, dass Saturn nun für die nächsten beiden Jahre ein günstiges Verhältnis zu Uranus haben wird. Zuletzt hatten wir ja ein sehr anstrengendes und hartes Quadrat zwischen Saturn und Uranus, das mit einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft einherging. Davon müssen wir uns jetzt erst mal erholen und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber nun bilden Uranus und Saturn für zwei Jahre einen Freundschaftsaspekt und wir können uns auf den Weg der Besserung begeben. Dazu kann auch beitragen, dass in bestimmten Führungsstrukturen mehr Persönlichkeiten zu Macht und Einfluss gelangen, die über eine spirituelle Charakterbildung verfügen und mithelfen, die neue Zeit zu gestalten. Verbindung statt Spaltung heißt die Devise. Außerdem brauchen wir Pragmatismus und gesunden Menschenverstand und auch dafür stellt uns der Kosmos nützliche Kräfte zur Verfügung. Die dringend benötigten neuen Technologien zum Überleben und zur Umgestaltung unseres Energieverbrauchs zeigt Uranus im Stier. Und weil der zu Saturn in den Fischen nun einen wesentlich besseren Draht hat, fördert das die Umsetzung und Manifestation der benötigten Erneuerungen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Beruhigung und Vernunft eine Chance haben, sich durchzusetzen, ist der Übergang von Jupiter in den Stier am 16. Mai. Dann bilden die beiden großen Player Jupiter und Saturn für ein Jahr einen Freundschaftsaspekt. Auch das ist ein Grund für vorsichtigen Optimismus. Dann könnten sich wieder Allianzen bilden oder auch repariert werden, die Bestand haben und in der Gesellschaft konstruktiv wirken. Wir müssen uns aber auch noch mal die Schattenseiten von Saturn in den Fischen anschauen. Denn wenn Strukturen nachgiebiger werden und sich auflösen, kann das auch große Ängste auslösen und zu einer gewissen Paranoia führen. Es wird bestimmt materielle Dinge geben, von denen wir loslassen müssen. Wertvorstellungen werden sich verändern, ebenso Arbeitsstrukturen in der Jobwelt und politische Systeme. Um bei dem Bild von Saturn im Wasserelement der Fische zu bleiben, wir müssen Ballast abwerfen, damit wir nicht auf den Grund gezogen werden, sondern uns freischwimmen können. Doch die Ängste davor, etwas loszulassen und aufgeben zu müssen, könnten uns zunächst lähmen oder auch depressiv machen. Und das wiederum könnten sich falsche Gurus und Autoritätsfiguren mit unlauteren Absichten zunutze machen, um gutgläubige Menschen auf den falschen Weg zu schicken. Ich denke, dann kommen die vielen Menschen ins Spiel, die spirituell arbeiten und gelernt haben, sich dem Fluss der Dinge hinzugeben. Die werden am besten mit dieser Energie umgehen können, weil sie verstehen, dass es keinen Sinn hat, sich an etwas festzuhalten, was in der Auflösung begriffen ist. Deswegen kann man ihnen auch keine Angst machen. Wenn ihr dazu gehört, dann werdet ihr jetzt gebraucht, um eine Energie der Gelassenheit und Zuversicht zu verbreiten und anderen zu helfen, in diesen neuen Fluss der Dinge einzutauchen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir nicht versuchen, uns an äußerlichen Strukturen festzuhalten, sondern dass wir innerlich gefestigt sind. Zum Beispiel, weil wir durch regelmäßige Meditation oder andere spirituelle Techniken gelernt haben, uns von den Ängsten des Egos zu befreien. Und damit wären wir dann wieder beim Stichwort spirituelle Disziplin. Die ist jetzt ein Schlüssel, um diese neue Zeitqualität gut zu integrieren und die nötigen Transformationen mitzugestalten. Ein anderes Problem mit Saturn in den Fischen sind sicherlich die anhaltenden Glaubenskriege auf der ganzen Welt. Und damit meine ich jetzt nicht nur religiös motivierte Glaubenskriege, sondern auch Glaubenskriege um politische Systeme und um eine neue Machtverteilung auf dem Globus. Die Anführer werden immer paranoider und versuchen immer heftiger an ihrem politischen und religiösen Glauben festzuhalten, je mehr solche Strukturen ins Wanken geraten. Und das kann sicherlich zunächst mal zu einigen Chaos führen, ehe wir die Früchte davon genießen können, nämlich mehr Freiheit. Die Freiheit, die uns die Luftepoche und der Übergang von Pluto in den Wassermann versprechen. Das ist aber ein eigenes Thema. Darüber spreche ich noch in meinem Video Zeitenwende Episode 2. Wichtig zu wissen ist noch, wann Saturn durch welche Dekade des Fischezeichens laufen wird. Für den Rest des Jahres 23 und auch bis Februar, März 2024 würde er sich im Wesentlichen in den ersten 10 Grad, also in der ersten Dekade des Fischezeichens, aufhalten. Die zweite Dekade durchläuft Saturn dann von März 2024 bis Februar 2025. Und in der dritten Dekade hält er sich vom 24. Februar bis 25. Mai 2024 auf. Dann läuft er in den Widder, kehrt aber vom 1. September 2025 bis 13. Februar 2026 nochmal in die dritte Dekade der Fische zurück. Das heißt, der Saturn-Transit dauert insgesamt gut zwei Jahre und hat dann nochmal gewissermaßen eine Nachspielzeit von fünfeinhalb Monaten. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment, wie war das nochmal mit den Dekaden und was bedeutet das für mich, dann habe ich da was für euch. Auf meiner Homepage findet ihr ein PDF-Dossier für einen kleinen Unkostenbeitrag zum Download und da habe ich für jedes Sternzeichen die Dekaden mit den dazugehörigen Geburtstagsdaten aufgelistet. Und noch was ist im Zusammenhang mit dem neuen Saturn-Transit ganz wichtig. Der Übergang von Saturn in die Fische am Dienstag, den 7. März, passiert ja genau zu Vollmond. Tatsächlich nur eine Stunde, nachdem die Vollmond-Konstellation um 13.40 Uhr exakt wird. Und zwar ist das der Vollmond auf der Achse Fische-Jungfrau. Das ist ein ganz besonderes kosmisches Geschenk. Ich deute das als Hinweis, wie wichtig es wird, die spirituellen Potenziale mit Saturn in den Fischen auszuschöpfen. Wenn ihr zu diesem Vollmond Zeit habt, dann nutzt die Chance, in einer Meditation schon mal in die neue Energie des Saturn-Transits hineinzuspüren. Deswegen, wenn ich euch gleich erkläre, wo Saturn in den Fischen für euer Sternzeichen bzw. den Aszendenten wirkt, dann merkt euch das Thema und lasst es in die Meditation einfließen. Ihr könnt die gesamte Phase von Montagabend bis Mittwochabend für eine solche Vollmond-Meditation nutzen. Jetzt gehen wir die zwölf Sternzeichen und Aszendenten durch und schauen, wie sich Saturn in den Fischen dort jeweils auswirken wird. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, in meinem neuen Saturn-Horoskop Wege zur Meisterschaft noch genauer zu erfahren, welche Aspekte Saturn für euch ganz persönlich bereithält. Aber zuerst verschaffen wir uns einen Überblick und schauen für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten, was der neue Saturn-Transit bringt. Und diesmal fangen wir mit den Heldinnen und Helden dieses Transits an, nämlich den Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Wenn ihr im Zeichen Fische geboren seid, dann heißt es nun, seid ihr bereit, Meisterinnen und Meister eures Lebens zu werden. Prüfungsplanet Saturn wechselt zum 7. März in euer Zeichen und das wird für die nächsten zwei bis drei Jahre ein super wichtiger Transit in eurem Leben sein. Disziplin und Verantwortung werden große Themen. Und nicht nur das, es stehen ja mehrere Planetenkräfte günstig zu euch und Saturn wird euch dabei helfen, diese Kräfte zu bündeln und in konstruktive Bahnen zu lenken. Eine besonders wichtige Lektion ist, dass ihr lernt, Nein zu sagen und eure eigenen Grenzen zu berücksichtigen. Dabei geht es nicht darum, besonders streng oder abweisend zu sein. Es geht darum, dass ihr euch selbst wichtig nehmt und Respekt für eure eigenen Bedürfnisse entwickelt und nicht immer nur die der anderen in den Vordergrund stellt. Ihr werdet mehr Planung in eurem Alltag benötigen und müsst lernen, euch weniger treiben zu lassen. Während seines Transits wird Saturn eure Selbstliebe, eure Beziehungen zu Partnern, der Familie und euren Freunden genau unter die Lupe nehmen. Ebenso auch euren Beruf und eure Berufung. Und er wird euch auffordern, zu ändern, was geändert werden muss. Für die Fischer Aszendenten wandert Saturn nun durch das kosmische erste Haus des Körpers und macht euch darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, gesund zu leben und eine gute Work-Life-Balance einzuhalten. Übrigens kann das für euch auch eine Phase werden, in der ihr sehr schlank werden könnt. Falls ihr schon immer ein paar Pfunde loswerden oder eine neue Sportart ausprobieren wolltet, ist dies der ideale Zeitpunkt. Ob ihr nun Sternzeichenfische oder Fischer Aszendenten seid, für euch alle gilt, in den nächsten zwei bis drei Jahren wird euer Leben mehr Struktur und Genauigkeit erfahren. Und das ist konstruktiv für euch, weil ihr ja manchmal dazu neigt, euch im Moment aufzulösen. Saturn wird euch aber auch eure Grenzen aufzeigen. Deshalb ist ein achtsamer Umgang mit euren Energien super wichtig. Um es mit einem Satz zusammenzufassen, ihr werdet lernen, euch auf das Wichtigste in eurem Leben zu konzentrieren und dadurch gereifter, innerlich gewachsen und erfolgreich aus dieser Phase eures Lebens hervorgehen. Wenn ihr im Widder geboren seid oder einen Widder-Ascendenten habt, wird Saturn in den kommenden beiden Jahren keinen Hauptaspekt zu euch bilden. Der mächtige Meisterplanet wird sich stattdessen in eurem zwölften Haus der Spiritualität und des Rückzugs aufhalten und kann für euch ein innerer Schamane werden, wenn ihr seine Prüfungen annehmt und euch darauf einlasst. Es kann gut sein, dass ihr ein Empfinden habt, das der Erfolgsdruck in der Außenwelt nachlässt und das innere Einkehr wichtiger wird. Es kann sich auch lohnen, nun, falls noch nicht geschehen, mehr spirituelle Übungen wie zum Beispiel Meditation und Achtsamkeit in eurem Alltag zu integrieren, denn Saturn in den Fischen kann für euch bedeuten, dass es wichtig wird, eine spirituelle Disziplin einzuhalten. Wenn ihr im Stier geboren seid oder einen Stier-Ascendenten habt, wird Saturn nun für zwei Jahre einen günstigen Aspekt der Unterstützung zu euch bilden. Das werdet ihr als große Erleichterung wahrnehmen, denn in den zweieinhalb Jahren zuvor stand Saturn schwierig für euch und ihr habt euch häufig in Entscheidungszwickmühlen wiedergefunden. Doch nun nehmen eure Pläne leichter Gestalt an. Saturn unterstützt euch dabei, eure Unentschlossenheit und euren Hang zum Aufschieben zu überwinden und aktiv zu werden. Ihr wollt euch weiterentwickeln und ihr seid bereit, dafür was zu tun und die Dinge in die Hand zu nehmen. Lasst einen Schritt dem nächsten und euren Worten Taten folgen, dann klappt es. Und damit zieht ihr auch gute Leute in euer Leben. Häufig souveräne und gestandene Personen, die selbst erfolgreich sind, die euch unterstützen und eure Fähigkeiten zu schätzen wissen. Saturns Transit findet in eurem kosmischen Bereich der Freundschaften und des beruflichen Netzwerks statt. Für einige von euch stehen während dieser Zeit auch Freundschaften auf dem Prüfstand. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Wen möchtet ihr weiterhin in eurem Leben behalten und wen nicht? Und bei welchen Freundschaften solltet ihr ein bisschen mehr Zeit und Respekt investieren? Das sind Fragen, die Saturn euch stellt. Auch in eurem beruflichen Netzwerk wird sich nun zeigen, mit wem man wirklich was aufbauen kann und wer nur schöne Worte macht. Da seht ihr nun klar und habt es selbst in der Hand, mit guten Leuten erfolgreiche Strukturen zu erschaffen. Wenn ihr in den Zwillingen geboren seid oder einen Zwillinge-Ascendenten habt, wird Saturn aus den Fischen heraus einen herausfordernden Aspekt zu euch bilden. Er bewegt sich dann durch euer kosmisches Karrierehaus. Dieser Transit ist ein wichtiger Baustein auf eurem Lebensweg und der ganze Prozess hat bereits im letzten August begonnen, als Mars seine lange Reise durch euer Zeichen angetreten hat. Es geht mit Saturn darum, dass ihr reifer werdet und mehr Verantwortung für euer eigenes Leben und eure persönliche Berufung übernehmt. Dies ist eine längerfristige Entwicklung und wird sich Stück für Stück für euch entfalten. Eure Karriere und eure Berufung werden nun von Saturn einer Prüfung unterzogen. Wenn ihr euch hier bereits auf dem richtigen Weg befindet, kann es eine sehr erfolgreiche Phase für euch werden, in der ihr allerdings auch sehr viel arbeitet. Falls ihr noch nicht in eure Spur gefunden habt, kann es zu Brüchen und Neuorientierungen in eurer Karriere kommen. Dieser super wichtige Transit kann durchaus anstrengend werden, aber er hilft euch dabei, auf den richtigen Kurs eures Lebens zu kommen und dem Ruf eurer Seele zu folgen. Wenn ihr im Krebs geboren seid oder einen Krebs-Aszendenten habt, beginnt mit dem neuen Saturn-Transit eine fabelhafte Zeit für euch. Am besten, ihr erstellt euch gleich einen zwei bis drei Jahresplan, denn die Ziele, die ihr euch für diesen Zeitraum setzt, werden die Weichen für eure Zukunft stellen. Der Meisterschaftsplanet formt nun einen stärkenden und substanzbildenden Aspekt zu euch und wandert dabei durch euren kosmischen Bereich der Horizonterweiterung, des Reisens und des Optimismus. Vielleicht werdet ihr euch in dieser Zeit räumlich verändern, umziehen oder eine größere Reise antreten. Falls ihr schon immer ins Ausland ziehen wolltet, kann euch dieser Transit dabei ebenfalls unterstützen. Auch eine Fortbildung wird euch nun nachhaltig weiterbringen und dabei dürft ihr euch ruhig auf ein gehaltvolles Thema einlassen, was euch fordert. Ihr habt jetzt die Kraft dazu. Diese Phase wird euch auf jeden Fall mutiger und selbstsicherer machen und dafür sorgen, dass euer Panzer gar nicht mehr so dick sein muss, um eure Gefühle vor der Außenwelt zu verstecken. Ihr werdet lernen, euch selbst besser zu verstehen und für euch einzutreten. Gerade für die sensiblen und feinfühligen, krebsbetonten Menschen ist das eine super wichtige und sehr schöne Lektion des Lebens. Und das Tolle ist, je authentischer ihr jetzt werdet, umso mehr helft ihr anderen dabei, es ebenfalls zu sein. Wenn ihr im Löwen geboren seid oder einen Löwe-Ascendenten habt, dann geht Saturn aus der direkten Opposition zu eurer Sonne heraus und das werdet ihr sicherlich als Erleichterung empfinden. Saturn verlässt damit euer kosmisches Partnerhaus. Der Rechtfertigungsdruck von außen lässt jetzt nach und das sowohl in eurem privaten wie auch in eurem beruflichen Leben. Festgefahrene Situationen in euren Partnerschaften und Krisen mit euren Herzensmenschen lösen sich jetzt und ihr fühlt euch, als würde endlich ein großes Gewicht von euren Schultern genommen. Prüfplanet Saturn wird für die nächsten gut zwei Jahre den Bereich eurer Verbindlichkeiten und eurer inneren Transformation untersuchen. Auch gemeinsame Werte und Finanzen können auf dem Prüfstand stehen. Sollte hier etwas im Argen liegen, wird Saturn euch auffordern, es in Ordnung zu bringen. Deshalb seid besonders gewissenhaft mit allen Finanzangelegenheiten und eurer Steuererklärung. Wenn es jedoch gut läuft, ist dies eine Zeit, in der Beziehungen verbindlich und ernst werden können. Eine Heirat oder eine gemeinsame Wohnung sind nicht so weit weg, wie ihr vielleicht denkt. Für Singles, die jetzt jemanden treffen, könnten die Hochzeitsglöcken schneller Leuten als erwartet, denn Saturn ist kein Freund von lockeren Geschichten. Wenn ihr im Zeichen Jungfrau geboren seid oder einen Jungfrau-Aszendenten habt, wird Saturn in den nächsten beiden Jahren eure Partnerschaften prüfen und herausfinden, wer wirklich zu euch gehört. Verbindungen, die keine Zukunft haben, weil euer gemeinsamer Weg zu Ende ist, werden zu einem Ende finden und die Beziehungen, die stabil sind, werden ein neues Level an Tiefe und Verbindlichkeit erreichen. Saturn prüft eure Beziehungen nicht nur in Partnerschaften, sondern alle Beziehungen, die euch am Herzen liegen. Auch beruflich hat der neue Saturn-Transit gewichtige Konsequenzen. Eure harte Arbeit und euer unermüdlicher Eifer werden sich nun auszahlen und Saturn wird euch für die nächsten gut zwei Jahre zu einem Höhepunkt eures Lebens führen. Leider bedeutet das nicht, dass ihr euch darauf ausruhen könnt. Ganz im Gegenteil, nun geht die Arbeit erst richtig los. Euer Einsatzgebiet könnte sich vergrößern oder ihr werdet befördert. Deswegen wird es noch wichtiger werden, auf eine gesunde Work-Life-Balance zu achten und das magische Wort Nein zu lernen. Ich weiß, dass euch das schwerfällt, aber der Saturn-Transit wird euch genau dabei helfen, das zu lernen. Achtet auf eure Kräfte, denn mit Saturn im Partnerhaus sind auch andere darauf angewiesen, dass ihr euch nicht verausgabt. Wenn ihr in der Waage geboren seid oder einen Waage-Aszendenten habt, bildet Saturn nun einen Aspekt der Anpassung und der Nachjustierung. Gleichzeitig verschiebt sich seine Energie der Manifestation aus eurem kreativen Bereich in den Bereich des beruflichen und gesundheitlichen Alltags. Gesundheitsthemen, die ihr vielleicht lange vernachlässigt habt, um Zeit für eure Herzensprojekte zu haben, werden nun wichtiger und wollen angeschaut werden. In beruflicher Hinsicht braucht ihr jetzt Geduld. Ihr seid an einem Punkt, an dem es nicht mehr wie von selbst vorangeht, sondern wo ihr schauen müsst, was nachjustiert werden sollte. Das kann auch mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit zu tun haben. Da kommen ja einige Herausforderungen auf uns zu. Vielleicht bekommt ihr zum Beispiel ein notwendiges Teil nicht geliefert oder wichtige Geschäftspartner stehen euch nicht mehr zur Verfügung. Wenn ihr als KünstlerInnen arbeitet, müsst ihr möglicherweise eine neue Agentur finden. Nicht wenige Wagen haben eine sehr erfolgreiche Phase hinter sich und wurden sogar mit Preisen bedacht. Aber wie geht es nun weiter? Saturn fordert euch auf, die notwendigen Änderungen und Anpassungen vorzunehmen, auch wenn es Zeit kostet oder Verzögerungen verursacht. Verliert nicht den Glauben an das, was euch wichtig ist. Jede Änderung, die ihr vornehmt, sollte euch Positives bringen. Wenn ihr im Skorpion geboren seid oder einen Skorpion-Ascendenten habt, ist Großmeister Saturn nun für zweieinhalb Jahre euer Freund, denn er formt einen stabilisierenden und substanzbildenden Aspekt zu euch. Er unterstützt euch dabei, persönliche Projekte und lang gehegte Wünsche zu manifestieren. Falls ihr ein kreatives Hobby habt und überlegt, daraus vielleicht einen Beruf zu machen oder eure Produkte zu verkaufen, könnt ihr das in den nächsten zwei bis drei Jahren umsetzen. Auch in eurer Arbeit oder eurer Karriere wird euch Saturn nun den Rücken stärken und ihr könnt Großes vollbringen. Möglicherweise erhaltet ihr Positionen mit größerer Verantwortung und das werdet ihr problemlos meistern, weil ihr unermüdlich arbeiten könnt und geradezu übermenschliche Kräfte entwickelt. Unter eurer Aufsicht werden Dinge erledigt und alles bleibt auf Kurs. Das lieben die Leute an euch. Dank Uranus seid ihr aufregend und interessant, dabei mithilfe von Saturn gleichzeitig reif und stabil. Man kann sich auf euch verlassen, ohne sich mit euch zu langweilen. Das hört sich doch gut an, oder? Wenn ihr im Schützen geboren seid oder einen Schütze-Ascendenten habt, richtet Saturn den Fokus auf die Themen Heimat und Zuhause. Hier werdet ihr in den nächsten zwei bis drei Jahren von Saturn geprüft und das ist ein aufreibender Aspekt. Euer inneres Streben nach Freiheit und Expansion könnte durch viele Verpflichtungen eingeschränkt werden, zum Beispiel weil ihr euch um ein betagtes Familienmitglied kümmern müsst. Das werdet ihr wahrscheinlich als anstrengend empfinden. Aber das Ganze hat natürlich einen Sinn. Es geht darum, dass ihr lernt bzw. weiterhin übt, Verantwortung zu übernehmen und verlässlich zu sein. Und zwar gegenüber eurer Familie, euren Wurzeln und auch hinsichtlich eurer Wohnsituation. Der Saturn-Transit kann sich aber auch körperlich manifestieren, zum Beispiel durch Rückenverspannungen oder indem Infekte chronisch werden. Ihr müsst jetzt lernen, die Signale eures Körpers ernster zu nehmen. Auch das ist eine wichtige Lektion Saturns. Ebenso wird es wichtig, dass ihr bewusst auf eure innere Stimme hört. Wenn ihr normalerweise bei einem unliebsamen Thema in die Ablenkung oder Verdrängung geht, zum Beispiel durch viel Sport oder Entertainment, dann wird diese Methode jetzt nicht mehr funktionieren. Saturn möchte euch lehren, euch zu konzentrieren und Verantwortung zu übernehmen. Der Saturn-Transit ist außerdem eine ideale Zeit, um euch einen Hausaltar einzurichten oder einen Raum des Rückzugs und regelmäßig zu meditieren. Wenn ihr im Steinbock geboren seid oder einen Steinbock-Ascendenten habt, ist der neue Transit von Saturn für die nächsten zwei bis drei Jahre sehr vorteilhaft, denn der Meisterplanet bildet einen Aspekt der Unterstützung und Freundschaft zu euch. Ihr bekommt die Möglichkeit, langfristige Projekte zu vollenden und werdet Erfolgserlebnisse haben. Es ist eine Zeit der Errungenschaften, des würdigen Abschlusses eurer Bemühungen und man zollt euch Respekt für das, was ihr erreicht habt. Damit einher geht eine ernsthafte und stabile Geisteshaltung, die darauf ausgerichtet ist, Ziele zu erreichen. Saturn wird nun durch euer kosmisches drittes Haus der Kommunikation laufen. Das bedeutet, dass ihr euch gut konzentrieren könnt und falls ihr mit Text und Sprache zu tun habt, wirkt ihr sehr ernsthaft und überzeugend. Dieser Transit kann also auch sehr gut sein, falls ihr ein Buch oder eine Doktorarbeit schreiben wollt, denn ihr arbeitet nun sehr gründlich und methodisch. Außerdem verlässt Saturn nun nach zweieinhalb Jahren euer Geldhaus und zeigt keine Einschränkungen mehr an. Dadurch dürfte der finanzielle Druck spürbar nachlassen. In eurem Privatleben unterstützt dieser Transit einen guten Zusammenhalt in der Familie und stabile Beziehungen. Während der nächsten beiden Jahre könnt ihr mit den Menschen etwas aufbauen, die euch wichtig sind. Wenn ihr im Wassermann geboren seid oder einen Wassermann-Ascendenten habt, wird der strenge Prüfungsmeister Saturn euer Zeichen bzw. euer kosmisches erstes Haus nun verlassen, wenn er weiter in die Fische zieht. Damit geht die Phase der letzten zweieinhalb Jahre mit all ihrem Erfolgsdruck und Stress zu Ende. Wahrscheinlich habt ihr eine Menge erreicht, aber es war auch sehr anstrengend. Jetzt könnt ihr erst mal durchatmen und es macht sich ein Gefühl der Erleichterung breit. Ihr werdet auf jeden Fall merken, wie der Frühling eure Lebensgeister weckt. Allerdings wird Saturn nun für die nächsten beiden Jahre und dann noch ein halbes Jahr durch euer kosmisches Geldhaus laufen. Das heißt, die Erfolge der letzten beiden Jahre müssen nun konsolidiert werden. Es kann auch sein, dass nicht mehr so viel oder noch nicht so viel hereinkommt, wie ihr euch erhofft hattet und dass ihr streckenweise sparsamer leben müsst. Wahrscheinlich braucht es einfach noch Geduld, bis die unter Saturn im Wassermann begonnenen Projekte Geld abwerfen. Das werden sie aber spätestens in zwei bis drei Jahren, denn das, was man mit Saturn anfängt, wirkt nachhaltig und langfristig. Doch für die nächsten beiden Jahre müsst ihr wahrscheinlich hier und da mal auf die Ausgabenbremse treten und euer Geld zusammenhalten. Seid auch bitte sehr gewissenhaft mit allen Zahlungen und eurer Steuererklärung. Und lasst euch nicht dazu verleiten, Geld dort anzulegen, wo ihr die Strukturen nicht hundertprozentig durchschaut. Bleibt finanziell lieber konservativ. Ebenso kann es darum gehen, eine neue Einstellung zu euren Werten und eurem Geld zu finden. Das waren meine Gedanken zu dem neuen, wichtigen Transit Saturns durch die Fische. Ich wünsche euch und uns allen, dass es uns gelingt, das Potenzial der Weisheit und der spirituellen Disziplin auszuschöpfen, das in diesen Konstellationen der neuen Zeit steckt und dass Saturn in den Fischen uns dabei helfen kann, ein bisschen weiser zu werden. Weiterführende Videos zur kosmischen Schwingung im März mit ihren wichtigen Energieübergängen blende ich euch hier ein. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keins der Videos verpasst. Alles Gute mit den Sternen!